Hallo und herzlich willkommen in der Galerie Potemka. Ich bin Luke Potemka. Ich bin Mario, der Praktikant. Und wir sind der Ausstellung von Nils Frankel. Nils macht Werke, die mit Ekel spielen. Aber er macht Fliegen. Er klebt manchmal Fliegen als Dekor auf das Bild. Er malt auch sehr bedrohliche Bilder teilweise, die mit Horrorszenarien spielen, mit Vergänglichkeit arbeiten. Kafka. Kafka, Neo-Dekadence. Die Sachen beschäftigen sich sehr mit Vanitas, mit Momento Mori, mit Vergänglichkeit. Es ist kein Fotorealismus. Es ist etwas zwischen Fotorealismus und altmeisterlicher Malerei. Vom 10.01. bis zum 15.02.2015 sind wir hier vor Ort für euch. Bis später. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017